so und damit herzlich willkommen zu dieser etwas speziellen folge ja ihr fragt euch jetzt bestimmt warum ich so motiviert die ganze zeit linie nein ich bin also heute ist ostern aber ich bin so unmotiviert weil mein scheiß internet die ganze trich behindert ist schon den ganzen tag ich versuche die ganze etwas aufzunehmen internet alter ich kann auch deswegen nicht stream mein beileid für alle die sich darauf gefreut haben ist einfach nur mein internet es hat mich einfach die ganze zeit aufgeregt sonst hätte ich aber keine folge mehr auflegen kann ich nehme bestimmt schon vier stunden auf wir verkacken für die ganze zeit oder internet legt aber richtig das war jetzt auch so ich versuche jetzt mal das ganze gelecke wie es raus legt rauszuschneiden weil alter mancher mancher ist fast angefangen zu heulen ja und trotzdem viele leicht viel spaß weil es war schon irgendwie lustig wie ich mich aufgeregt habe nur wegen so schulen internet aber es regt mich immer noch weiter abstehen aus das ist hier das bitte auch zu lecken kein geiles tricks game alter finde ich gerade keine unterschied dazwischen mit der irgendeinem schlag so hat auf meine tastatur das ist das ja nur die man internet schafft älter wenn ich die mal finde auf meine rein schlagen würde ich würde sofort tun habe einen ausgenockt mit der minigun komm her da drin ist er safe her komm brauchst du dich ja nicht zu fallen verstecken alter meine fressen und zwei groß richtig lol 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 hier ist alles voller treppen ich kann nichts machen ich habe eingebaut nein mann was kämpfen die da so ich raste ich gleich aus so warte ich muss mir kurz können ich habe dem 31 noch ein 33 achtung nicht dass da oben noch einer ist da ist ja noch einer ich werde ich sagen ich hatte hoffentlich kommt fällt dass wir den rücken das obwohl so weit müssen wir halt nicht so war die chemisch kurz wie weit müssen wir noch mal rennen wort so 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 Bis zum nächsten Mal. es ist ja um ein stein ist johann ja es hält genau schritte na ja warte ich auf dem werk jetzt aber einer und ich bin so low ja ich kann ja wieder die zwei verbände geben warte mal hier geil ich kann nichts machen ich liebe es ich liebe noch 18 boys wir haben eine kleine chance aber nicht so alt das ist so ich kenne weil internet geht irgendwo hin alter ja geil oder jetzt bin ich gleich wieder unten was ist denn los ich bin tot nein game nein nein alter wenn ich gleich tot bin ich bin mir nicht so auf alter ne kippock mehr das macht mich einfach so zelt alter hast du sniper ja hier vier heißt besser als nichts kommen wir gehen auch mal auf dem werk teils weiter ich pack wieder runter das game alter und nicht geschossen keine ahnung man hat aber nicht gehört ja wahrscheinlich habe ich nicht geschlossen das war nur in meiner welt so ich lebe natürlich in einer anderen welt sind die da drin ja ne ich bin grad nicht komplett hinter dir sind ich habe keine materie ist mehr ich brauche materie ist das bin ich kann nichts bauen ich habe keine materie aber doch jetzt habe ich wieder 500 wir sind knapp in der zone hast du materials hast du materie ist zwei minis für dich jetzt zwei minis für dich Laja ich sage ich sehe ich sehe ich von uns von was soll man machen Achtung ich höre das steps Wir gehen hier kraft nicht zum Spezial angeht So, der Mauer-Fußball. Kritischer Hase. Zugriff. Sie ist gelandet. Sollen wir uns hier vercampen? Ja, oder? Wir müssen stehen bleiben, sonst hört er uns. Wir hätten uns draußen eine Base bauen müssen. Oder? Oder? Nee. Einfach nicht bewegen. Dann hören sie uns nicht. Hast du auch eine Bandage für mich? Nee. Oh, Leute. Die Feigen. Vielleicht können wir sie gleich billig abstauen. Okay. Er ist genau vor unserer Hand. Komm, ich kann ihn wegsneiten, der andere. Oder? Nee, komm, wir lassen sie erst mal fighten, oder? Sie pushen, sie pushen. Nein! Kann sein, dass sie jetzt gleich reinkommen. Ja, die schießen auf uns schon. Spannend. Fuck, die Leute. Wir sind aber in der Zone. Abstammt, abstammt. Ich kann einen soforten Handshot. Alles. What the fuck. Ich hab doch keinen Bock mehr, ey. Daher verabschiede ich mich. Daher verabschiede ich mich von der Runde. ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ich bin ein bisschen gewaged, aber vielleicht war es auch mal ganz lustig. Der Typ, der mich getötet hat. Ja, ich weiß, mich auch. Naja, haut da rein, lasst ein Like da und Abo heute mal an das Video, weil wir sonst nichts auf die Reihe bekommen. Und ja, haut da rein, lasst ein Like da und tschüss und schaut bei Dispector vorbei.